Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play The Legend of Zelda, Majora's Mask und, ähm, ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was sie in der letzten Folge zu mir gesagt hat, es ist schon echt lange her, hallo, das war's nicht, was ich machen wollte, oh, cool, meine Steuerung ist natürlich wieder toll, komm, wie gesagt, um 11.30 Uhr, okay, gut, dann weiß ich, was, wann wir das machen müssen, ähm, ja, es ist schon echt lange her, lange, 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 lange her, wo ich das letzte Mal Zelda gespielt habe, ihr wisst es, die letzte Folge, die ich noch hochgeladen habe, war ehrlich gesagt, ähm, noch auf meinem PC, okay, jetzt kann ich, ja, die Steuerung ist natürlich auch wieder ein bisschen problematisch, ja, im Moment sind, ist meine Klausurenzeit, von daher werden die Videos nicht so regelmäßig kommen, aber ich versuche immerhin, das jetzt so schnell, also wenigstens noch regelmäßig wie möglich zu machen, ich hab mir nicht vor, ein bisschen mich wieder aufs Let's Plane zu konzentrieren, ich hatte in letzter Zeit echt einen ziemlich krassen Durchhänger, und, ähm, auch wie es mit Silent Hill weitergeht, wird auch irgendwann demnächst ein kleines Special dazu folgen, da ich Silent Hill nicht mehr mit dem Grabber aufnehmen möchte, aber ich, oh, oder, okay, egal, komm, brauche ich nicht, oh, 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 ach, für was brauche ich denn, Scheiß, ähm, aber ich Silent Hill jetzt mit einer Capture Card habe, aber diese Capture Card ist so dermaßen, wo ist mein Z-Knopf, äh, Z, das war R, wo war Z, Ah, das war da, ah, okay, passt, ähm, hehe, aber diese Capture Card so dermaßen kompliziert ist, dass ich da wahrscheinlich noch eine Weile brauche, um mich da reinzuarbeiten, reinzulesen, und, äh, falls sich jemand, dann wird alles noch im Special erklärt, falls sich jemand mit dieser Capture Card ein bisschen auskennt, da kann er mich ja mal anschreiben, aber ist jetzt im Moment vollkommen uninteressant, wir spielen Zelda, und nicht unbedingt effektiv, muss ich sagen, what the fuck, wie spiele ich denn? So, warum ich jetzt hier gerade zu den Koronen wiedergehe, ganz einfach, ihr habt es mir schon in den, äh, Kommentaren geschrieben, Ich darf natürlich nicht als Koronen mit dem Typen sprechen, sondern ich muss, da ich die Sumpfkarte habe, oder diese, diese Sumpf, äh, ja, Urkunde, sag ich jetzt mal, muss ich natürlich auch als, ähm, als Deko mit denen reden, denn die wollen ja in den Sumpf, und wer lebt im Sumpf? Ja, die Dekos. So. So, kann ich jetzt mit dir reden? Ja, okay, dieser Gegenstand zeigt keine Wirkung, dann rede ich nochmal mit ihm. So. Danke, dass du mal beigeschaut hast, hätte gedacht, dass ich hier ein Deko finden würde. Ich verkaufe Bombentaschen, aber zu meinen Kunden zählen ausschließlich Urnen. Viel lieber würde ich wieder nach Hause gehen, wo ich ständig von Bäumen und Gräsen umgeben bin. Aber ich kann zu Hause kein Geschäft öffnen, ohne den üblichen Weg zu gehen. Du verstehst, was ich meine? Drücke Start. Ja, ich hab das ja schon. Hier. Bitte schon. Drücke Start. Ah, das ist eine Sumpf-Urkunde. Ich wünschte, du würdest es mir geben. Ich gebe dir dieses Land dafür. Jo, merci. Äh, ja. Bergurkunde habe ich jetzt. Ich gehe jetzt auch in die Sumpf. Tschüss. Ja, was sich auch ändern wird, ich werde wieder nur noch 15 Minuten Parts machen, also keine 20 Minuten Parts mehr wie davor oder Special Folgen. Ich werde das jetzt alles ein bisschen ruhiger angehen. Ich weiß, viele freuen sich, viele werden sich nicht freuen. Man kann es leider nicht allen recht machen. Ich werde es jetzt so machen, dass es mir am besten passt. Und hier oben ist wie immer ein Herzteil. So. Dann hätten wir jetzt schon mal ein Herzteil mehr. Die vier Herzteile. Okay, wir haben... Cool. Wir haben eins mehr. Das ist gut. Ein Herzteil mehr. Ich sollte auch in vollständigen Sätzen reden. Mein Gott. Ich bin schon wieder vollkommen raus aus dem Let's Playen. So. Jetzt. Wir haben ja noch genug Zeit. Werden wir noch die Bergurkunde tauschen. Denn... Dort erwartet uns auch ein Herzteil. Und jedes Herzteil, was ich jetzt mache... Kapzora schädelt es. Was war jetzt da richtig? Ich glaube, Kapzora war richtig. Ähm... Jedes Herzteil, was ich jetzt mache, muss ich später nicht mehr machen. Und glaubt mir, Leute. Das wird eh... Ich glaube, es gibt... Es gibt 50, 52 Herzteile irgendwie um den Dreh. Und... 52 müssten es, glaube ich, sein. Und das ist echt übel, Leute. Das ist echt übel. So. Hier... Kann ich... Auch eins tauschen. Ich muss nur schauen, wo das war. Ich glaube... Mich zu erinnern, dass es in einem von den Räumen war. Und ich glaube fast, dass es der Hinterste war. Ich habe das alles schon mal kurz angeschaut. Ist schon lange her jetzt. Aber ich kann mich noch ein bisschen dran erinnern. Aha. Ich muss als Zora mit dem reden. Na super. So. Zack. Boah, wie dumm das aussieht. Wenn man als Deko die Zora-Maske aufsetzt. So, die Geron-Maske brauchen wir auch gleich. Deswegen ruste ich sie schon mal aus. Klappe, ich bin gerade beschäftigt. Ah, Mikau. Du hast mich erschreckt. Äh, ich, äh... Ludo hat sich die letzten Tage ein wenig Eigenheit genommen. Ich habe mich gesorgt. Ich habe hier nicht nachspioniert. Ich bin auch kein Spanner. Und auch keine abartige, schleimige Qualle. Oh, mir fällt gerade ein, dass ich noch dringend etwas erleben muss. Weh, spät ist es schon. Oh, ähm... Also, ich muss dann weiter. Haha. Er hat mich weggeschubst, die Sau. Dafür töd ich dich. So, ja genau. Hier ist es, ähm... Erstmal in den Gronen verwandeln. Hier mit dem Typen reden. Danke, dass du vorbeigeschaust. Oh, du kommst aus den Bergen. Ich verkaufe Gründe ähnliches hier, aber ich handel nur mit Zoras. Eigentlich würde ich viel lieber an einem Ort leben, wo es kühler ist und mir die klare Luft in die Nase weht. Aber einfach so ein Geschäft eröffnen darf, du brauchst man die richtigen Beziehungen. Du weißt, was ich meine. Jo. Boah, das ist eine Bergerkunde. Ich danke dir. So. Ich gebe dir dieses Land dafür. Boah, danke. Eine Meeresurkunde. Äh, ja. Äh, ja. Ja, ist okay. Alter, was ist hier los? Cool, ich kriege Meeresurkunden ohne Ende. Ähm. Das könnten wir jetzt noch eine Weile machen, ne? Ja, okay. Ist in Ordnung. Okay. Ist in Ordnung. Herzlich. Leute, ich mache einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns, wenn ich die Meeresurkunde wirklich habe. Ach du Scheiße. Bis gleich, Leute. Tschö, tschö. 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 Und wie wir sehen. Tschö. 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 Ähm. Tschö. 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 Stücke. MsBak. Ja, genau. Ein Herzteil, soweit ich weiß. Vier, fünf, sechs. Huch, du hast mich erschreckt. Und du brichst mein Training nicht. Ich versuche exakt zehn Sekunden lang im Geiste zu laufen, ohne dabei auf die Uhr zu schauen. Ich befand mich mit einem mentalen Training. Du magst das lächerlich finden, aber es ist gar nicht so einfach. Ich schaue mal, ob ich es überhaupt auf Anhieb schaffe. Ja, ich probiere es mal. Drücke Arme anzufangen, warte zehn Sekunden ab. Genau dann, wenn du glaubst, dass die zehn Sekunden um wären, drücke noch Arme an. Ich habe hier eine Stoppuhr. Wartet mal, Leute. Achso. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Fast, aber das war knapp. Okay, ich probiere es jetzt dann nochmal. Danke. Zwei Rubine. Du Arsch. Okay, wartet mal, Leute. Ich habe hier eine Stoppuhr. Okay, super. Na, toll. Ja, 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 okay. Jetzt warte ich noch kurz ein paar Sekunden, bis ich auf eine Stoppuhr nehme ich genau. Jetzt. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und? Nein! Nein! Oh, ist das gemein. So, okay, nochmal. Aller guten Dinge sind drei. Diesmal versuche ich es wieder fair. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Oh, ist das doof. Ja, ich probiere es jetzt nochmal. Wow. Mein Spiel hängt gerade auf. Leute, ich muss schauen, ob man... Sieht man das noch? Ich hoffe doch. Warte mal, Leute. Ich muss einen kurzen Schnitt machen. Irgendwas hat sich gerade geöffnet bei mir und mein Spiel ist gerade weg. Naja, gut. Geht weiter. Ähm. Probieren wir es nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Oh, ich bin immer schlechter. Meine Güte. Ja, ist okay. Danke. Du bist so gütig, weißt du das, mein Freund. Ich probiere es jetzt nochmal mit der Stoppuhr. So. Okay. Und jetzt. Und? Nein. Wie mies ist denn das? Oh, das ist so ein Herzteil, was ich hasse. Jetzt kommt dann der... Ich hab's auf einen Hieb geschafft. Du bist voll schlecht, Trago. So, nochmal. Eins. Zwei. Danke. Das ist super. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ach, das ist super. Ohne Witz. Nett. Schön, dass mich sogar mein Spiel verarscht. Nein. Nochmal. 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 Drei. 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 Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Zehn. Einmal probieren wir es noch, dann werden wir es in der nächsten Folge weiter versuchen. So. So. Zwei Rubine. Ja, danke. Drücke A anzufangen. Warte zehn Sekunden ab. Genau dann, wenn du glaubst. Die zehn Sekunden. Ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Oh, das wird immer schlechter. Okay, Leute. Das werden wir in der nächsten Folge weiter probieren. Wir sehen uns morgen oder übermorgen oder wann es halt dann hochkommt. Bis dann, Leute. Tschau, tschau.